Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VETRO zusammen, Let's Groddy. Hallo. Ah, fick dich doch ins Knie, Alter. Ja, ich guess wir müssen da hin. Wir haben keine Wahl. Jesus hat gesagt. Okay, wir machen es wieder was auf dem... Ach so, das ist ein Laser. Naja, und zu Ziele in eine Richtung. Ich dachte, das wäre so eine Kamera, die wir jetzt auf dem Kopf haben. Zum Filmen. Ah. Alter, das Signal ist jetzt perfekt. Hold on for just one more minute or we'll get them. Eine Minute. Lulululu. Try and get me, bitch. Da ist er schon. Das ist eine andere Spiegel, ich mache mich so wieder zum Schießen, ich schwöre. Das ist kein Feind, auf den du schießen kannst. Das sitzt in deinem Kopf. Was ist jetzt los? Och nö. Nicht so eine Sorscheiße. Oh, die Sicht. Alter, das macht... Oh mein Gott. Jetzt müssen wir das schnell machen. Das war anscheinend die falsche Tür. Ich will nicht zu schnell gehen, nicht, dass ich runterfalle. In dem Spiel will ich alles zutrauen. Spring. Er ist safe. Ich glaube, das sind die Tür 4 verbirgt nicht was Besseres. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Adium! Liegen wir jetzt auf dieser scheiß Stange? Wir stehen. Zumindest gerade standen wir. Du musst dir auch vorstellen, das alles ist Teil... Das alles ist eigentlich nur Teil von der Aufnahmeprüfung für das russische Militär. So hat die Mutter. Wir sind einfach nur in der Simulation. Ja, du warst mit dem Weg. Ich will nicht. Ich muss was trinken. Du musst ihm gehen. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Du stirbst jetzt für seine. Da haben wir den Folgentitel. Wir sterben für seine Sünden. Oh. Oh. Rush. Rush. Das ist Temporan! Nein! Oh Gott. Steht der jetzt hier um die Ecke? Ja. Nein. Hilfe. Boah, smooth. Es ist einfacher als das Ultra-Bow-Game. Zum Glück können die Dinger nicht sprinten. Die brauchen... Jesus braucht nicht sprinten. Der braucht doch nicht schwimmen. Ja! 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 Okay, das war anscheinend falsch. Oder? Ja. Ja. Aber... Das Ding steht doch jetzt da. Boah ey. Ja, die werden das abreißen, wenn ich nicht... Ja, wer hat die? Die kreiert schon in deinem Kopf. ich ins knie sterb für meinen sünden unsere freund sterben wird stehen ich wollte gerade sagen sieht doch alles gut aus komm, f*** dich doch jump and run oh gott ja, wir konnten recht du psycho wichser ich warte schon darauf, dass ein jump and run mittendrin eingebaut wird oh ob das der richtige weg war ach leck mich doch am arsch okay ich dachte schon da ist ein jump run das ist das mittelstück am boden immer als letztes kommt das ist lustig macht so spaß die atyom du machst mich fertig mit msi jude oh warte warte aber warte 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 Ja, ich will mich nicht umdrehen. Ich bin auf dem Schießgericht zurück. Hä? Ja, das sind die Dämonen in unserem Kopf. Auch die Dämonen in unserem Kopf. Was soll da nur schief gehen? Überlebender 2034! Wenn's böse ist, töten sie es! Worauf hast du geschossen? Ich glaube auf das Nest dieser Viecher, was da stehen soll da. War ein bisschen laggy sogar im Game. Oder es gehört so. Ja, ja. Ist halt von 2033. Ja, es gehört sich jetzt so. Ist halt von 2033. Können wir machen. Dass auch keinen Zivilisten-Russe hier so ein Ding zu Hause hätte. Hätte auch jeder. Ob unser Freund unten lebt. Safe. Was haben wir jetzt alle damit ausgelischt hätten? Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Als ob die nur in Russland waren. Hm. Und davon was für ein... Äh. Außer, äh. Außer im Russland war jetzt das Hauptnest und man sagt so, Yo, jetzt können die Menschen Stück für Stück die Reste wegkillen, bis es keinem übrig ist. Könnte man so sehen. Aber wir können ja trotzdem nicht raus. Ja? Ja. Geil! War ein geiles Game. Ich find's schön, dass das auch nur von Russen gemacht wurde. So, wir können das... Ich dachte, das wäre einfach nur für das Setting gewesen. Konzeptartist. Vlad Tsiak. Vlad Tsiak. Wladimir Lima. Anatoly Koba. Ihoa. Viktor Komanovski. Boris! Erik Lundgren. Raul! Pablo. So. Wir können überspringen. Mal schauen, ob wir noch eine Endszene zusammen bekommen. Ist das ein bisschen crazy übersprungen? Ja. Schwach. Ah. Es gibt keine mehr. Okay. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Game. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefahren hat. Schaut bei Let's Go an mir vorbei. Schaut bei uns auf den Twitch-Kanal vorbei. Morgens 17 Uhr geht's mit einem neuen Projekt weiter. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!